und sei damit wieder ganz ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen folge von silent hunter 1 ok ich weiß jetzt nicht wo wir letzte folge stehen geblieben sind ist schon ein paar tage her und ich würde sagen schnack nicht lange rum wir gucken mal selektieren genau starten die nächste patrulli wo müssen wir hin in die philippinische see ok so ok denn wenn wir loslegen war so wir beginnen mit der patrulli 2 juli 44 2 juli 44 so wir schreiben jetzt den 11 juli 44 das heißt juni juli august bis august 45 müssen wir noch aushalten das heißt wir müssen jetzt noch 13 monate jetzt sind noch sind beim krieg gegen japan also juli 44 also wir wissen alle jetzt sind top der kampf um frankreich lange dauert es nicht mehr bis deutschland besiegt ist wie gesagt da wir im pazifikkrieg sind und der ging ein bisschen länger müssen wir bis august 45 jetzt noch ausharren ok wir haben wieder die mark 18 1 torpedos 24 stück ok und ich würde sagen wir gucken wo stehen wir denn da oben stehen waren ok ich würde sagen wir fahren erst mal nach apari drin und ja dann gucken wir mal was so auf und zukommt wir gucken mal wie ist die wetterlage hier die sich ruhe wir haben ruhe sie ja das heißt wir werden gut spiel drauf haben so sind war sehr schön und ich würde sagen voll speed voraus meine damen und herren also genießt die show es geht wieder los aussehen und mal gucken vielleicht nehme ich morgen wieder an 16 102 auf heute abend ich weiß noch nicht mal gucken also ja 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 ich weiß das sind die Sampans aber die werden wir nicht angreifen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einige Sohn-Trump-Bad-Tammer. Hier ist ein kleiner Kraft da. Jetzt bin ich an den Laufen. Target destroyed, sir. Target destroyed, sir. Das war's für heute. Ich dachte, ich muss, äh, das klingt rein, wenn ich schon wieder rauskomme. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 langsam paaren und dann wartet die Wiesn. Gut, dann werden wir jetzt mal aus den Hafen verschwinden. Hi, Sir. So key. Tube 2, loaded sir. Tube 3, loaded sir. Tube 4, loaded sir. Tube 5, loaded sir. Tube 6, loaded sir. Sir, new surface contact on SGA radar. Tube 5, loaded sir. Tube 5, loaded sir. Tube 6, loaded sir. Toolsook peser. Tube 5, loaded sir. Tube 6, loaded sir. Tube 7, loaded sir. Oh oh, wir müssen mal gucken. Also ich sehe jetzt schon wieder eins, zwei, drei. Also eins, zwei, drei. War hier vierte, fünfte, sechste, siebte. Gut, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Visual sightings, sir! Full rudder! Aye, aye, sir! Rudder amidship! Fall ahead! Fall stop! Fall stop! Fall stop! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 On course at the requested heading, sir Untertitelung des ZDF, 2020 All ahead, two-thirds Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Up periscope All ahead, one-third All stop! Sir, new sonar contact. SJ radar is secure, sir. Firing one, firing two. Sir, new sonar contact. All right. Stay there. Stay there. Stay there. Stay there. See you next time. All ahead, two-thirds. Fire in three. Target destroyed, sir. Fire in four, fire in five. Left full rudder, aye, aye, sir. Fire in four, fire in five. Fire in four, fire in five. Fire in six. Rudder amid chips, aye, aye, sir. Fire in five. Fire in five. Fire in five. Fire in five. Target destroyed, sir. Fire in five. Fire in five. Fire in five. Fire in five. Down, Periscope. Sir, new sonar contact. Up, Periscope. Right, full rudder. Aye, aye, sir. Five degrees, right, left, full rudder. Aye, aye, sir. Down, Periscope. Down, Periscope. Redder Amid Chips. Aye, aye, sir. All right, flank. Periscope depth. Aye, aye, sir. Up, Periscope. Up, Periscope. Left, full rudder. Aye, aye, sir. Up, Periscope. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Rudder Image Chips. Aye, aye, sir. Rudder Image Chips. Rudder Image Chips. Aye, aye, sir. Rudder Image Chips. Aye, aye, sir. Firing nine. Down, Periscope. All ahead. Sir! New sonar contact. Turpedotube not loaded, sir. Up, Periscope. Target destroyed, sir. All ahead, flank. Right full rudder. Aye, aye, sir. Gir hundred. Grr. The face is now different. Red or Ruhm in Chips? Aye, aye, Sir. Firing 10! Down, Periscope! Up, Periscope! Target destroyed, Sir. Ooh! S.J. Radar ist active, Sir. Ich posiere mal kurz, ich bin gleich wieder da, meine Lieben, ja? Ich bin gleich wieder da. 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 Ich bin gleich wieder da, Periscope. Ich bin gleich wieder da. 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 Aye, Aye, Sir. On course at the requested heading, Sir. Visual sightings, Sir. Coming to course 124. Aye, Aye, Sir. Coming to course 2, coming to course 2, 1, 2. Fall ahead, 1 3rd. On course at the requested heading, Sir. No, we're going to go ahead, 1. Don't go ahead, 1 3rd. Correctly, sir. If you have any signs, I'm going to go ahead, 1. Let's go ahead, 1. Let's go ahead, 2, 3rd. I'm going to go ahead, 1, 2, and 2. Let's go ahead, 2, 3rd. 4. 1, 2, 3rd. We're going to go ahead. 2, 1, 2, 3rd. 2, 3rd. 2, 1, 2, 3rd. The 3rd. 2, 3rd. Die Schrauben wurde verletzt, Herr. Fall ahead, flank! Fall ahead, flank! Fall, stop! Target destroyed, sir. Fall ahead, flank! 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 Thank you, sir! Thank you, sir! Coming to course 3-3-0! Aye, aye, sir! Coming to course 0-1-6! Aye, aye, sir! On course at the requested heading, sir! Fall, stop! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Target destroyed, sir! Come on! Come on! Come on! Fall ahead, flank! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Mul! Come on! . 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 On course at the requested heading, sir. . 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 Coming to course 159er. Aye, aye, sir. On course at the requested heading, sir. Coming to course 239er. Coming to course 268. Aye, aye, sir. On course at the requested heading, 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 sir. On course at the request. On course at the request, sir. We ran, sir. On course at the request. On this request. Next question. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Visual sighting, sir! Periscope's dead! Aye, aye, sir! Up Periscope! Na, kicke mal eine an, Junge, da haben die sich also versteckt. Da liegt der Öltanker, da war ein großer Tunnelschiff, also ein Standard-Tunnelschiff, kleiner und hier muss ich mal gucken. Tanker, Handelskreuze, Standards-Bachter, ok. Okay, now. Okay, now. OUCH! Now running on diesel engines. Pull ahead, flank! Coming to course 302. Aye, aye, sir. Firing four. Firing three. Firing one. Firing four. Firing four. Firing four mobility. Firing three. Target destroyed, sir. 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 No. Natural point... No. Target destroyed, sir. Target destroyed, sir. 20 degrees, left rudder, aye, aye, sir. Call ahead, 1 3rd. Rudder amid chips, aye, aye, sir. Call ahead, flank. On course of the request... Fire, firing, firing, 8. Call ahead, flank. Fire, firing, 8. Fire, firing, 8. Call, stop. Fire, firing, 8. Fire, firing, 8. All ahead, standard. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal All ahead, Standard So, schnappen wir uns jetzt mal. Entschuldigung? Oh, Mann. Entschuldigung, 2 3rds. Oh, stop! All ahead. Coming to course 1, 4, 5. Aye, aye, sir. Coming to course 2, 1, 2. On course of requested heading, sir. ... ... ... ... ... ... ... Target destroyed, sir. All ahead, flank. All stop. All stop. Firing not, firing 10! Ich wollte eigentlich einfache Schwinnigkeit machen. Guli, dann würde ich sagen zurück zur Basis. So meine Lieben, wir haben insgesamt versenkt. 24 Schiffe mit einer Gesamtonnage von 130.814 Bruttoregisterton. So, darunter waren gewesen ein Zerstörer der Assasio-Klasse, 2370 Tonnen. Ein Patrouillenboot Typ C 810 Tonnen. Ein Truppentransporter 7542 Tonnen. Ein Handelskreuzer 10400 Tonnen. Noch ein Truppentransporter 7542 Tonnen. Ein großer Frachter 5180 Tonnen. Ein kleiner Frachter 950 Tonnen. Noch ein großer Frachter 5180 Tonnen. Dann haben wir versenkt ein Zerstörer der Fubuki-Klasse, 2090 Tonnen. 2.370 Tonnen. Ein Patrouillenboot Typ C 810 Tonnen. Ein Patrouillenboot Typ D 940 Tonnen. Ein kleiner Frachter 950 Tonnen. Öltanker 18300 Tonnen. Standardhandelsschiff 15200 Tonnen. Ein Versorgungsschiff 2370 Tonnen. Ein Handelskreuzer 10400 Tonnen. Noch ein Versorgungsschiff 2370 Tonnen. Ein Patrouillenboot Typ C 810 Tonnen. Und ein Handelskreuzer 10400 Tonnen. Ja, das war der mittlere Konvoi gewesen. Saipan. Saipan ist jetzt eine neue U-Boot Basis. Der 3. August 1944. From Commander Submarine Force Commander Dennis L SS 389 Piranha is being transferred to the Submarine Base to Saipan. You will be given future orders by Subcom Subpack on Ariel. Also wir wohnen jetzt zu den nach Saipan versetzt. Okay. Und wir haben einen neuen Torpedo Mark 18 2 Torpedo. 3. August 1944. The Base has been submitted with a new Torpedo. Auf Torpedo. The Mark 18 2 Torpedo. The Mark 18 2. Upgrade of the Mark 1. Electric Torpedo. The Max Simon Speed has been. Er kann bis zu 40 Knoten fahren. Ich muss mal gucken. Hier vorne, das ist ja die Synth Pistole hier. Der kleine Knibbel hier. Und das ganze hier. Also von hier bis hier. Da ist der Sprengkopf. 3. August 1944. Jetzt müssen wir noch ein ganzes Jahr durchhalten. Denn haben wir es geschafft. So. Nichtsdestotrotz das obligatorische abspeichern. Ne haben wir es geschafft. So. Dann ist F. Okay. Denn. Verabschiede ich mich für heute für diese Folge. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Und. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Silent Hunter 1 wieder. Ne. Und wir nähern uns jetzt auch den großen Schritten. Äh. Dass wir bald dieses. Let's play beenden. Also ich hoffe dass wir es durchhalten werden. Weil wir haben ja gesehen. Die Konvois werden ja immer stärker geschützt. Und wenn die Patrouillenboote waren. Das waren ja jetzt. Ich glaube. Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz reden. Drei Zerstörer waren die Wesen. Und vier Patrouillenboote. Schiffe. Also sieben. Eskortschiffe. Also es wird immer schwieriger an die Konvois ranzukommen. Gudi. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich für's Zusehen. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Und jetzt aber. Rene und Tschüss. Bis zur nächsten Folge meine Lieben. Ähm.